Guten Tag, liebe Hörer dieser Sendung. Hier ist Ihre Siebenmalenquist. Aus Helsinki sende ich Ihnen viele liebe Wünsche für das neue Jahr. Ja, hier schneit es und ist schrecklich kalt. Daher freue ich mich schon ganz besonders auf das sonnige Baden-Baden, wo Sie mich 1965 wieder hören und sehen können. Mit herzlichen Grüßen bis dann, Ihre Siebenmalenquist. Trosti, der Schneemann, war ein stolzter Talvalier. In dem weißen Stratt stand der Tag, der Tag vor dem Garten an der Tür. Trosti, der Schneemann, war so schick und elegant. Sein Zylinderhut, oh, der stand im Hut und der Wesen in der Hand. Er war aus Westen Schnee gebaut, das konnten alle sehen. Wenn die Sonne schien und schien und schien, blieb der Prosti trotzdem stehen. Oh, fragte der Schneemann, war der Held der Kinderschaft. Seine Rübennacht passte wunderbar zu den Kohleaugen. Er war aus Westen Schnee gebaut, das konnten alle sehen. Wenn die Sonne schien und schien und schien, blieb der Prosti trotzdem stehen. Doch eines Tages kam ein Mädel, Girl zu ihm. Sie gab ihm den Kuss und das war der Schluss und der Prosti schmoss da hin. Und wenn ich daran denke, ja, dann denke ich auch daran, was für dich und mich so auf einem Kuss vielleicht mal werden kann.